Von den harten Jungs direkt zu den Weicheiern. Weichei-Weltmeister. Nein, das sagt jetzt keiner über Jogi und seine Jungs. Aber Weichei-Truppe habe ich schon gehört. Schönwetter-Spieler, alles war da dabei. Jeder war in Deutschland Bundestrainer und jeder wusste alles und vor allem immer wieder besser. Und die Jungs nur im Kreuzfeuer. Mario Götze! Ausgerechnet Mario Götze. Prototyp der sogenannten Generation Playstation. Großes Ego, kleines Herz. Keine Leidenschaft, keine Titel. Das galt seit der EM 2012 als ausgemacht und lieferte den Kritikern reichlich Munition. Mich ärgert es. Ich bin da nicht zufrieden. Sagen Sie mir doch mal bitte einen Spieler, der heute nicht alles gegeben hat. Das EM-Aus gegen Italien. Den deutschen Spielern wird ihr angebliches Versagen um die Ohren gehauen. Sie seien stumm wie die Fische bei der Hymne und auf dem Platz. Kommandos gehen immer von hinten nach vorne und von der Mitte nach außen. Weichgespülte Wohlstandsjünglinge ohne einen Funken Ehre im Leib? Teile dieser Kritik halte ich ganz einfach nicht für zielführend und ermüden mich. Und schuld immer sie, die Weichmacher Joachim Löw und Oliver Bierhoff. Und nach einem 4 zu 4 gegen Schweden im Oktober 2012 wussten alle ganz genau, woran es noch mangelt, an einem Dreckskerl nämlich. Ich weiß, dass ich ein höflicher Mensch bin und das werde ich auch immer bleiben. Da werde ich mich nicht verändern. Dem Team fehle wenigstens ein dominanter Gockel, ein voll tätowierter Kettenhund und ein furchteinflößender Silberrücken mit Biss. Leidenschaft mit Wille, mit all diesen Eigenschaften, die du brauchst, das sind dann diese letzten 10%, die uns dann eben noch fehlen. Diese fehlenden 10% vermutete man hier in den Nobelabsteigen der Nationalkicker. Weniger ist aber oft mehr, mahnten die Kritiker. Weniger Luxus, mehr als Käse, ein wahrhaft nobler Ratschlag. Bei der WM in Italien hat Franz Beckenbauer schon in einem 5-Sterne-Hotel gewohnt und hat einen Platz direkt am Hotel bauen lassen. Andere sahen in ihr die Wurzel allen Übels, eine Tischtennisplatte. Allerdings eine zu viel meinte seinerzeit Uli Hoeneß, der Poltergeist aus München. Ständig ging es in der Vorbereitung darum, welche Tischtennisplatte wohin geflogen werden musste, möglichst noch auf den Mont Blanc. Damit kann ich sagen, dass Philipp Lahm die Nummer 1 ist im Tischtennis. Unsere Nationalspieler, keine Konzentration auf das Wesentliche, aber Hauptsache die Haare schön. Schuld daran, der Bierhoff ein Eventmanager, er predige nicht die Blutgrätsche, nein, seine Glaubenslehre sei die Ablenkung, Unterhaltung und der Schöngeist. Viele kleine Schneeflocken ergeben einen großen Berg. So reicht es nie zu einem Titel und nie für ganz oben. Nein, das ist zu wenig, Mensch! Denn der Löw sei zwar modisch auf der Höhe, aber taktisch zurückgeblieben. Natürlich geht der Plan ja nicht immer auf, das ist ja auch klar. Natürlich machen die Spielerfehler, die Trainerfehler. Er könne nicht schnell denken, aber umso schneller fahren. Ich glaube, es ist wirklich nicht Besonderes, so etwas passiert. Ich glaube, es werden einige hier im Raum sein, die schon mal den Führerschein entzogen bekommen haben durch zu schnelles Fahren. Und jetzt, die viel gescholtenen Weicheier haben geliefert. Sie haben ausgeteilt und eingesteckt. Sie haben ausgeteilt und eingesteckt. Das ist eine Geschichte. Eine historische Leistung. Den Kritikern wird jetzt die Munition ausgehen. Wenigstens für ein paar Wochen.